heute erwartet euch eine neue runde mit meinem lieblingskiller trickster trickster ist ein bisschen schwer zu lernen guide in kürze upcoming ich bin mit dem schreiben jetzt fast fertig müsste es dann auch irgendwann aufnehmen heute einfach eine schöne saubere runde messerregen komplett überall war sehr lustig war sehr schön sehr sehr angenehme runde anzusehen lasst gerne ein like da wenn es euch gefällt und ansonsten sehen wir uns hoffentlich morgen im nächsten video oder ihr schaut gerne mal bei mir im stream vorbei link in der beschreibung das game is mocking me mocking me hard like really hard holy shit das bright ja ja Und auf geht's! Wild for Survivors is a good map for killer... Not so much! What the fuck? Where did you go? Confused killer noises? ... 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 Kann ich sehen, dass die Knife durch sie fließt? Oder ist das so hart? Weil ich gesehen habe, dass ich es gestorben habe. Sie hat es. Es könnte so hart, weil ich es gestorben habe, dass ich es gestorben habe. Ist es schon wieder zurückgekehrt? Haha Hallo da! Und hier sehen Sie meine Main Event Bar? Weil ich es zuerst mache. Holy shit, ich habe nie mein Main Event so schlecht gewohnt. Oh... 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 Oh, respekt vor Gott. Morgen. Alles auf dem Hock. Und wenn Shadow David sich nicht töten würde, würde ich wahrscheinlich 12 Hocks auf dem Spiel nehmen. Warum würde ich reparieren, wenn ich mich nicht mehr schlafen würde? Whatever. Oh, oh, oh. ich sollte ihn definitiv wieder öfter spielen im stream auch, ich spiele viel zu selten in letzter Zeit weil ich privat auch kaum noch spiele ich glaube wenn dann trickster oder slinge oder sogar huntress aber definitiv nicht genug trickster ja moin ja moin ok wenn du dich nicht wehrst kriegst du Hatch wenn du dich nicht wehrst kriegst du Hatch ich sag's nochmal du wärst dich warum do people always resist hehehehe ich bin einer der Killers die sagt okay wenn du nicht resist und du bist der letzte Hatch ich gebe dir Hatch als es funktioniert ich bin perfekt mit dem nicht aber wenn du dich resistierst wenn du dich nah nicht gonna helfen ja 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 da wird keine Antwort zurück kommen die sind alle raus ich bin perfekt auf die hier zu bringen ob ich hier noch ein bisschen abkennen muss ob ich hier noch ein bisschen abkennen muss Bis zum nächsten Mal.